Dieser Teil des Palastes wird auch die Oase genannt. Kein Wunder. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du musst es beenden. Wieso fragtest du nach meiner Hälfte des Medaillons? Willst du die Armee verbannen? Oder wolltest du ihre Macht vielmehr selbst kontrollieren? Beendest du es nicht, tue ich es. Gib mir das Medaillon. Nein, das war keine Bitte. Wärst du ein anderer, wäre das Hochverrat gewesen. Geh fort von hier. Geh für immer. Warte! Das hätte besser laufen können. Er beschuldigt mich des Verrats. Was soll ich nur tun? Er wird mir niemals das Medaillon überlassen. Bestimmt hätte er mich für... ... ... ... ... Ich bin nicht verrückt. Nein, ich bin nicht derjenige, der die Armee für sich haben will. Ha! Ich muss einen Weg finden, uns beide zurück zu gehen. Ich bin nicht der Weg. Oh, shit. Shit. Shit.